Ein herzliches Grüß Gott Herr Schliersee, mein Name ist Matthias Schröhn, ich bin der Kuramtsleiter und ich freue mich, das allererste Türchen bei unserem Online-Adventskalender aufzumachen für euch. Ich will euch eine Idee mitgeben, vor allen Dingen für die, die nicht direkt bei uns wohnen, sondern von ganz weit weg immer wieder zu uns kommen und die Treue halten. Das sind nämlich unsere Übernachtungsgäste. Ich will euch inspirieren, dass ihr Urlaub bei uns in Schliersee macht und unser neues Gastgeberverzeichnis ans Herz legen, das ihr gerne bei uns bestellen könnt. Wir schicken es euch auch kostenfrei zu. Lasst euch überraschen, es ist der ganze Landkreis mit drin, es ist auch der Schliersee mit drin und ich darf mich freuen, wenn ich viel von euch bei uns in Schliersee im nächsten Jahr sehe. Schöne Weihnachten und bleibt gesund! Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten! Schöne Weihnachten!